Ein Brief an Räumann von Mama. Eine Erzählung von Edward Nazareth. Deutsch von Jospe Lamperembil und Fabian Kroppmanns. Ein Brief an Räumann von Mama. Mein liebster Sohn Räumann, an diesem Tage, dem 31. Mai, wirst du 21 Jahre alt. Jetzt nach allen Erledigungen außerhalb und der Arbeit zu Hause, bin ich in der Küche. Ich möchte für dich, meinen liebsten Sohn, einen Kuchen backen. Auch wenn ich sehr erschöpft bin, wird die Müdigkeit mir diese Freude nicht nehmen können. Obwohl du seit drei oder vier Jahren zu deinem Geburtstag nicht mehr vorbeikommst, mache ich mir jetzt die Mühe in der Hoffnung, dass du heute bestimmt kommen wirst. Seit einiger Zeit beobachte ich in dir Veränderungen, die mir Sorgen bereiten. Ich warte jetzt schon seit Stunden, um mit dir offen sprechen zu können und dir mein Herz auszuschütten. Da ich nicht mehr sicher bin, ob du heute kommst, schreibe ich dir auf dieses Blatt nun alles, was ich dir mitteilen möchte. Ich erhoffe mir Frieden davon, dass du nach dem Lesen dieses Briefes unsere tiefe Liebe zu dir spüren magst und dass sie dir Mut machen könnte, dein Leben zu ordnen und nach deinem Willen zu lenken. Ich war 34 Jahre alt, als ich mit dir schwanger wurde. Ich kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Nachdem ich meinen Beitrag zur Verbesserung des Lebensstandards der in armen Verhältnissen lebenden Familienmitglieder geleistet hatte, war der beste Zeitpunkt für meine Heirat bereits verstrichen. Vorher musste ich erst für die Kosten der Hochzeit meiner zwei jüngeren Schwestern aufkommen und hatte auch das Bachelorstudio meines kleinen Bruders finanziert. Danach wurde mit dem Geld, das ich gespart hatte, ein neues Haus gebaut. Nach diesen Projekten war ich nun schon 32 Jahre alt und meinem persönlichen Traum, den Grundstein für meine eigene Familie zu legen und einen lieben Mann zu finden, mit dem ich alle meine lieben Kinder irgendwann mal verwöhnen würde, konnte ich mich erst dann zuwenden. Es war sehr schwierig, einen gleichaltrigen Mann zu finden und so sollte ich schließlich deinen Papa heiraten, der ja drei Jahre jünger war als ich. Wir führten ein harmonisches und glückliches Eheleben und Vertrauen und Liebe zueinander. Außer in den zweieinhalb Jahren, in denen Papa nicht arbeiten durfte, nach seiner Ankunft in Deutschland, verlief unser Familienleben beneidenswert glücklich. Doch an jenem Tag, an dem ich mit dir schwanger wurde, begann ich krank zu werden. Ich konnte nichts essen und musste mich oft übergeben. Ach, wie treu dein Papa mich während dieser Zeit pflegte. Das werde ich ihm nie vergessen. Ich musste drei oder vier Monate im Krankenhaus absolute Bettruhe halten. Nun war ich bereit, alles Leid auf mich zu nehmen, um das liebevolle Gesicht meines Kindes zu erblicken. Endlich, nach zwei Tagen andauernder Wehen, kamst du zur Welt. Wie unbeschreiblich glücklich wir waren, kannst du dir nicht vorstellen. Als ich dich zum ersten Mal schreien hörte und dein Kindergesicht zum ersten Mal sah, vergaß ich in Sekundenschnelle allen Schmerz der Niederkunft. Als du und ich endlich nach drei Wochen zu Hause ankamen, hatte Papa für dich schon nach deutscher Manier ein eigenes Zimmer eingerichtet. Nichtsdestotrotz hatten wir dich niemals alleine liegen lassen. Oh, und mit welch großer Freude hatten wir dein tägliches Wachstum beobachtet, begleitet und erlebt. Dein wunderschönes lockiges Haar, deine roten Wangen und deine goldige Hautfarbe waren einfach unglaublich hinreißend, sodass wir dich schick angezogen und fast überall in unserer Gemeinschaft hin mitnahmen. Im Sommer hatten wir dich mit indischen Kinderkleidern angezogen und zu fast allen Festlichkeiten der Landesleute in der Umgebung mitgenommen. Viele junge Ehepaare haben uns beneidet. Als sie dich in tapsigen Schritten, gekleidet in dem traditionellen Wickelrock aus der Heimat, herumspazieren sahen, du bist so ein hübscher Junge gewesen. Als dein Papa einen Job bekam, mussten wir dich für einige Stunden bei Familie Müller zur Betreuung abgeben. Familie Müller hatte aber zusätzlich zu dir noch zwei Kinder und einen Hund. Leider waren wir nicht zufrieden mit der Betreuung von Familie Müller. Daraufhin haben wir unsere Dienste so geregelt, dass Papa oder ich immer zu Hause waren, um dich zu hüten. Obwohl wir sehr müde nach der Arbeit aus dem Krankenhaus zurückkamen, haben wir dich ohne zu klagen mit großer Elternliebe aufgezogen, bedacht, deine Wünsche zu erfüllen und deine Gesundheit zu stärken. Beim geringsten Husten oder Anzeichen eines Schnupfens gingen wir sofort mit dir zum Arzt. Von deinem zweiten bis zu deinem vierten Lebensjahr bist du oft krank gewesen. Wie viele schlaflose Nächte haben wir, Papa und ich, für dich unseren allerliebsten Sohn durchwacht. Liebster Räumann, erinnerst du dich an deinen ersten Tag im Kindergarten? Du wolltest mich nicht gehen lassen und ich sollte die ganze Zeit über mit dir dort sitzen. Über eine Woche begleiteten Papa oder ich dich bis zum Kindergarten. Allmählich gewöhnest du dir an, alleine zu gehen. Für dich kauften wir die beste Kleidung, die teuersten Spielzeuge. Wenn es um die Erfüllung deiner Wünsche ging, waren wir nicht sparsam mit dem Geld. Du wuchst als ein kluges, fröhliches Kind auf. Im Kindergarten warst du immer ganz vorn mit dabei. Und wie stolz waren wir auf deine Talente, deine Klugheit, deine Sprachbegabung, deine Selbstständigkeit, deine kindischen Streiche und dein entzückendes Lächeln. Vor allem waren wir unbeschreiblich stolz auf deine Liebe zu uns. Deine Mama hat dem lieben Gott immer wieder gedankt, dass er uns so ein wunderbares Kind geschenkt hat. Deine Mutter betete wiederholt zur Mutter Gottes von WLAN KANI, dass du bei guter Gesundheit aufwächst. Und du wuchst auch ohne Krankheiten auf. Aber ab dem 16. Lebensjahr beobachteten wir, wie du schlechte Gewohnheiten annahmst. Und dein Verhalten machte uns Sorgen. Von deinen jungen Jahren an haben wir versucht, dich als unserem Kind, deinem indischen Erbe vertraut zu machen und dich soweit es dir möglich wäre, in Werten und Charakterstärken festzulegen, die in unserer Heimat geschätzt werden. Das sollte deinem Willen darin Mut geben, dich gegen die zerstörerischen Einflüsse entscheiden zu können, von denen die junge Generation hierzulande heimgesucht wird. Aber zu unserer Enttäuschung besuchtest du mit deinen deutschen Freunden fast an allen Wochenenden die Diskotheken, und pflegt es unverbindliche Beziehungen mit beliebigen jungen deutschen Frauen, die du deine Freundinnen nanntest. So hast du deinem Leben eine Jugend gezeigt, die vielen jungen Deutschen geläufig ist. Wir haben unsere Sorgen mit dem Glauben beschwichtigt, dass dein uns verunsichernder Lebenswandel auf deine Pubertät zurückzuführen ist und dass du bald anfangen würdest, ein Leben zu führen, das von unseren Qualitäten informiert ist. Aber zu unserem Kummer hat dein Leben gegen unsere Erwartungen andere Wege eingeschlagen. Unsere Träume haben sich zerschlagen. Nach deinem 17. Geburtstag geschah etwas für uns tief Verstörendes. Seit Tagen warst du auf einmal mürrisch und niedergeschlagen und warst für nichts zu begeistern. Alles erschien dir öde und du hattest keinen Spaß mehr am Lernen. Sehr bekümmert suchten wir nach dem Grund. Als ich dein Zimmer sauber machte, sah ich dort zum ersten Mal eine Spritze mit Nadel bei dir liegen. Wie der Blitz schlug es in mir Alarm. Nein, nein, ich konnte das nicht glauben. Ist mein Sohn von mir unbemerkt zum Sklaven von Drogen geworden? Wie erstarrt saß ich stundenlang auf deinem Bett. Den Schmerz konnte ich nicht ertragen. Ich schluchzte und schluchzte. Wie sollte ich diese Nachricht deinem Papa sagen? Als Papa bald in dein Zimmer kam und mich mit schmerzverzerrtem Gesicht sah, fragte er nach dem Grund. Ich konnte die Tränen nicht zurückdrängen und offenbarte ihm weinend alles. Er explodierte. Davor hatte ich Papa noch nie mit einem so furchterregenden Gesicht gesehen. Als du später nach Hause kamst, haben wir dich nach dieser Sache gefragt. Dein Leugnen hat Papa um den Verstand gebracht. Blind vor Zorn hat Papa dich geschlagen. Hinterher lag der Mann im Bett und schluchzte. Nach den Schlägen hast du das Haus verlassen, ohne meiner Bitte zu folgen, heimzukehren. Am nächsten Tag, um etwa neun Uhr, kochte ich Kaffee in der Küche. Dein Papa war noch im Bett und las Zeitungen. Als wir es an der Haustier klingeln hörten, standen da vor der Tür zwei Polizeibeamte. Sie kamen, weil du Papa angezeigt hattest. Wir konnten das nicht glauben. Uns wurde schwarz vor Augen. Musstest du so weit gehen, mein Sohn? Zugegeben, Papas Prügelei war außer Kontrolle. Aber der Grund dafür war auch ernst genug. Als Papa davon wusste, dass die Polizei wegen ihm gekommen war, starrte er ungläubig. Er ging mit ihnen zur Polizeistation, unterschrieb die Klageschrift als Angeklagter, der seinen Sohn geschlagen hat, und kam zurück nach Hause. Danach war dein Papa wie ausgetauscht. Er saß stundenlang irgendwo im Haus, pauchte Zigaretten und sprach mit niemandem. Auch wenn das eigene Kind was ernstlich Falsches macht, hat der Vater hier kein Recht, das Kind körperlich zu bestrafen. Er bereute es, seinen Sohn in so einem Land aufgezogen zu haben. Als ich erfuhr, dass du im Haus von deinem Freund Jürgen warst, kam ich sofort dorthin. Weinend habe ich dir verständlich gemacht, wie schlimm dein Vergehen war und welche ernsthaften Konsequenzen wir dadurch zu erleiden hatten. Du bist dann mit mir nach Hause gekommen. Ob aus Mitleid zu mir oder aus der Erkenntnis über das Gewicht deiner Taten, das weiß ich nicht. Du hast dich dann bei Papa entschuldigt. Papa hat dazu nur den Kopf genickt, aber nichts gesagt. Du bist dann zur Polizeistation gegangen und hast deine Klage zurückgezogen. Aber nach diesem Vorfall war Papa nicht mehr derselbe. Er führte nur noch ein mechanisches Leben, ohne irgendein Interesse an deinen Angelegenheiten. Da du den Drogen nicht vollkommen hörig warst, hast du den in liebevoller Verzweiflung an dich gerichteten Appell von mir und deiner Freundin Claudia erhört und dich bald voll von Drogenabhängigkeit befreit. Es ist schon vier Jahre her, dass du mit Claudia zusammen bist. Sie ist ganz anders als alle deiner vorherigen Freundinnen. Sie verhält sich liebevoll uns gegenüber und gibt sich große Mühe, dich bei deinem Studium nach Kräften zu unterstützen. Mama hoffte aufrichtig, dass du für immer bei Claudia bleibst, ohne weitere Experimente in dieser Sache zu riskieren. Oh, es ist schon 23 Uhr. Du bist noch nicht bei uns eingetroffen, mein Sohn. Vielleicht bist du bei Claudia? Deine anderen Freunde werden sich euch dort auch anschließen. Mitten im Trubel von Claudias Party hast du vielleicht vergessen, dass deine alte Mama hier auf dich wartet. Macht nichts. Während ich auf dich wartete, habe ich einiges zusammengeschrieben. Der Kuchen, den ich für dich gebacken habe und die 21 Kerzen darauf warten am Esstisch auf dich. Wie kam es dazu, dass du nicht zu uns gekommen bist, mein Söhnchen? Ich kann nicht mehr warten. Morgen um 6 Uhr muss ich bei der Arbeit sein. Ich schließe mit meinem Gebet an die Mutter Gottes in Welenkani für deine gute Gesundheit. Durst dich nach der Liebe meines liebsten Söhnchens Räumann. Deine Mama